Die Gruppe der süddeutschen Farbentauben, eine Untergruppe der Farbentauben, umfasst mehrere deutsche Haustaubenrassen, die vor allem in Württemberg herausgezüchtet wurden. Zuchtzentren der Rassen sind und waren das württembergische Oberland um Ulm und Biberach, der Schwarzwald und die fruchtbare Filderebene nahe Stuttgart. Ihre Definition und damit ihre Trennung von anderen Farbentauben erfolgte erst in den 1950er Jahren. Farbentauben gleichen sich in den Zeichnungsmerkmalen. Die Tauben der Region unterscheiden sich durch andere äußere Merkmale. Die Württemberger Farbentauben sind glattfüßig oder belatscht. Ihre Latschen sind aber weniger dicht, weniger entwickelt, wie die der sächsischen Farbentauben. Süddeutsche Farbentauben sind überwiegend kappig und tragen häufig eine Rundhaube. Rassen Zu den süddeutschen Farbentauben zählen nie. ES Echter Dinger Farbentaube Süddeutsche Blasse, glattfüßig und belatscht Süddeutsche Kohleche Süddeutsche Latztaube, glattfüßig und belatscht Süddeutscher Mohrenkopf Süddeutsche Mönchtaube, belatscht Süddeutsche Mönchtaube, glattfüßig Süddeutsche Schildtaube Süddeutsche Schnippe Süddeutscher Tiger Mohr Süddeutscher Weißschwanz Württemberger Mohrenkopf Außerdem gehört die schwarzgründige Stahltaube zur Rassengruppe der süddeutschen Farbentauben. Die blaue Stahltaube ist mit den süddeutschen Varianten der Stahltaube nicht verwandt und ist eigentlich eine Thüringer Farbentaube. Die Zuordnung der Goldelbe oder süddeutschen Mondtaube, einer als ausgestorben geltenden Taube, zu den süddeutschen Farbentauben ist unsicher. Sie war nah verwandt mit dem Thurgauer Elmer, einer zu den Schweizer Farbentauben gehörenden Rasse. Der Apotheker Bayer nannte in seiner 1914 erschienenen Broschüre die süddeutschen Farbentauben in Wort und Bild, außerdem noch. Mondtauben, Gimpeltauben, Forellentauben, Nürnberger Lerchen, Nürnberger Mehllichte, fränkische Samtschilder und Nürnberger Schweiben. Sie werden aufgrund neuerer Erkenntnisse jedoch nicht mehr als süddeutsche Farbentauben geführt. Joachim Schütte nennt im Handbuch der Taubenrassen, auch die heute nicht mehr vorhandene Kamelietaube, die kleinste Farbentaube. Untertitelung des ZDF, 2020